Freunde, da sind wir wieder und starten mit dem Minecraft-Projekt. Also, ich freue mich. Ich bin gespannt. Und ja, heute sollte es keine Störung geben, aber wir gucken mal, wie es läuft und wie es weitergeht und und und. So. So. Tuturur. Oh. Und rein geht's. Hoffentlich. Und rein geht's. Ja, gestern beim Server-Test sind wir ja gestorben. Und leider wurden wir da zurückgesetzt. Moin. Und wie läuft der Server? Ganz gut. Ach, sauber. Also nicht wie gestern bei G-Portal. Nö. Super. Ja, ich lauf da mal wieder zurück und such mal mein Grab. Ja, ich muss jetzt auch wieder die ganze Zeit sehr laufen, weil ich nur bei euch denke ich schon ab und so darf. Ach du Kacke. Ja, das wird dann ja lustig. Hast du schon... Nicht getötet. Ja, sauber. Hast du schon irgendwo ein Dorf gesehen? Ähm, wenn du mir jetzt in, äh, hörst du mich noch? Ja. Hinter deinem Grundstück. Nach hinten raus geht. Ne? Was für eine riesenfreie Wiese. Ja. Äh, ungefähr 900 Blöcke nach hinten schlägt. Nach links 1000 Blöcke. Da sind zwei Dörf. Da ist auch ein Schild. Ah, super. Da ist so ein Pfeiler mit, äh, Angaben, 1000 Blöcke, neunerals, dörf. Okay, super. Dann lauf ich da gleich mal hin. Dankeschön. Ja. Wie gesagt, auch mal, ähm, 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 äh, da hin, wo du siehst ja überall dein Grundstück. Ja. Ja. Ja, da gerade rüber. Und kurz vor dem einen Wald da in die Pfeile. Ähm, 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 äh, äh, könnte ich dir glauben? Okay, super, dann werde ich da mal hinlaufen und dann mein Grab holen. Das ist super, danke, viel Spaß hier auch noch, tschau, danke. Ja, sauber, das mit dem Voice Detection funktioniert echt gut, naja und jetzt müssen wir nur zurücklaufen. Oh, geil, der hat eine coole Brücke gebaut. Oh Gott. So. Oh, hier wurde die Straße an Nice. Peace. Oh Gott. Oh, hier wurde die Straße an Nice. Wo soll ich dich nach? Oh Gott. 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 Okay, oh. So, Grundausstattung haben wir, wir haben aber nichts mehr zu essen. Oh, der Server läuft performancetechnisch bedeutend besser. Nice. Scharf. 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 Da haben wir ein Bienennest, das ist nice. Oh, Azalea, das ist nice. Wow. Okay, noch ein Schaf, okay. Oh, Curse of Bones. Zwei Dörfer in 1000 Metern. Kohle können wir aber schon mal mitnehmen und das ist Stone Ice. Ah. Ah. Oh. Ah. Untertitelung. BR 2018 So, wir sollten doch noch ein paar Pferde töten für Leder, damit wir ein Backpack bauen können. Oh, Pumpkins. Die können wir auch gebrauchen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier unten sollen Schafe sein, kennen wir ein paar Schafe, würde ich sagen. Die brauchen wir nämlich noch. Die brauchen wir nämlich noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das Kälb? Oh, hier ist Kälb. Nehmen wir eben auch ein bisschen Kälb mit. Oh, hier ist Kälb. Oh Gott. 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 Oh, ein Mushroom-Dorf. Den nehmen wir mit. 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 Oh, Kirche. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Mal gucken, ob jemand schlafen geht. Okay, vielleicht nicht. Okay, okay. So, wo habe ich mein Boot. So, wo habe ich mein Boot? Oh, ein Mushroom-Dorf. Oh, ein Mushroom. Oh, ein Mushroom-Dorf. So, das sieht cool. So, das sieht cool aus. Dann folgen wir mit. Dann folgen wir mit. Oh, ein Mushroom-Dorf. 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 Das wird lange dauern. Und, das wird Schneider die Monkle adventures. Oh, ein紅-Dorf. Dann schiume mich schon mal. Oh, es wird LED light auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 What an Kack? So. Oh, God. Oh, God. Oh, das ist noch eine kleine Strecke bis dahin. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Hier können wir uns erst mal Obst holen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, ich kann hier direkt über das Bett dem Fluss fahren. Sollte ich vielleicht auch machen. Oh, Gott. 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 Nochmal Äpfel holen, die geben nämlich gut Energie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, wir nähern uns dem Todespunkt und damit hoffentlich dann unser vollständiges Inventar und zuzüglich dazu haben wir dann einen Waystone und in unserem anderen Grab haben wir noch einen Waystone, dann sind wir schon mal ein bisschen besser vorbereitet. Ich bin schrecklich aus dem Weg. Oh nein. Oh. Ich wollte eigentlich Speed aufbauen und nicht aussteigen. Diese Dieblinge sind ganz schön nervig. Wieso ist hier ein Traitor gespawnt? Wir müssen in die Richtung. So, hier sind keine Gegner. Können wir eben in den Tag kommen. Und eben den Zack wieder rausnehmen. Oh, wir sind ganz schön weit weg von zuhause. Oh Gott, da sind wieder diese Dieblinge. Äh, die will ich nicht haben. So. 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 Löschen wir mal eben den Waypoint hier. Löschen wir mal eben den Waypoint hier. Läuft er nicht mehr. So. Dann haben wir aktuell nur einen auf dem Schirm. Das ist jetzt schon ganz schön. Kein Malicht? Ich bin und zu kepaciert da oben bin… Ach, wie klein bin ich denn? Nicht mehr weit. Okay, super. Ich werde fünf Delphinen verfolgt. Noise. Ich werde fünf Delphinen verfolgt. Okay, da müssen wir hoch. Da ist unser Grab. Okay. Holy, jetzt wird es spannend. Also, weg. Schwert. Weg. Axt. Weg. Weg. Also, Modium können wir gebrauchen. Eimer. Oh Gott. Fick. Weg. 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 ...like... ...this... So, nun geht es ab nach Hause. So, nun geht es ab. So, dann ist jetzt die Frage, was ist schneller mit dem, je nachdem wie weit das hier geht. 500 Blöcke in die Richtung, okay, das ist wahrscheinlich schneller als würde ich laufen. Dann kann ich da wahrscheinlich den Teleporter, oh Gott. Dann kann ich zum Spawn teleportieren, von da aus laufen, das ist wahrscheinlich sinniger. So. 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 Okay, das Schlafen hat nicht geklappt. So. 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 brauche ich. Oh, das brauche ich erst recht. Cool. Den kann ich auch eben nutzen. Steel ist gut. Eisen brauche ich. Ferien brauche ich gerade nicht. Das kann ich auch gebrauchen. Oh, was können wir denn? Mini Melon? Oh, was können wir denn? Mini Melon? Okay, hey. So, hier raus. Dann nutzen wir doch mal eben den Teleporter. Kehren zurück zum Spawn. Und damit sollten wir jetzt einigermaßen in Sicherheit sein. Und easy going zurückkommen. Weil das sind wahrscheinlich auch noch sehr viele Meter. Aber damit haben wir erstmal ein Dorf bei uns in der Waypoint List. Und falls wir noch einen Villager benötigen oder ein paar mehr, können wir da schnell welche holen. Was schon mal richtig nice ist. Mann, das fertig ist. Aber natürlich Ho signed. Das wird schlecht gemacht. Max gut. Das war's. 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 Okay. Also. Genau. Weck. Wir müssen das machen. Das war's. Moment. Key Binds, Kategorie, Back, 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 Okay. Super, das klappt. Das haben wir auch. Okay. Jungle Tree. Wegfahren. Zum Glück ist Mob Briefing off. Da brauchen wir noch Leder.